Fußball und der Videobeweis, das wie Harald Glöckler, da ist ein bisschen viel gemacht worden. Das hier ist das Zeichen aller internationaler Fußballfans für Ja bloß auf mit der Kacke, ich hab keinen Bock mehr. Oder auf St. Pauli heißt es natürlich Was soll ich sagen zum Videobeweis? Ich bin davon positiv enttäuscht. Die positive Enttäuschung. Da fehlt mir ein bisschen die negative Euphorie. Fußball und der Videobeweis, das wie Harald Glöckler, da ist ein bisschen viel gemacht worden. Der Schiri muss ja mittlerweile nach jeder Entscheidung runter in den Kölner Keller scheiden. So, was ist jetzt? Ja, Jürgen, der Eugen und ich schön Hunger, bring uns doch mal bitte Big Mac mit Pommes und ne kleinen Sprite dazu und ne Cola Zero, das wär total fantastisch. Ja, hör auf mit dem, wir sind nicht bei McDonalds jetzt hier, hör auf mit dem. Die wollen wissen, was los ist. Faul, kein faul. Und während im Kölner Keller mehr gespult wird, als beim X-Hamster-Video, ohne dat wat kommt, lassen sie den Schiri auf dem Platz zappeln, wie bei der Augsburger Puppenkiste. Und du fragst dich immer, warum dauert dat so lange? Walter, im Gegensatz zu Euro 224, da sitzt immer einer weniger. Haben die da Fachkräftemangel oder wat im Kölner Keller? Ja Leute, ihr seid lustig. 40 Videos aus der Bundesliga. Ich spiel ganz alleine hier heute. Der Eugen, der ist leider krank. Der wollte eigentlich zu mir auch mitkommen und ein bisschen mitmachen. Aber jetzt bin ich ja ganz alleine. Musst die Entscheidung treffen, seit Köln ist alle. Ich weiß ja nicht, wie ich das hier noch machen soll. Mensch, Fußball, ey. Lern doch mal von anderen Sportarten. Stichwort Challenge-Anträge. Schiri, abfiff. Jawohl. Komm, wir gehen ab in die Kabine, machen was schönes Bierchen zischen. Ich vier Stück in einer Minute, das schaffst du nie. Challenge accepted? Sauf-Challenge. Hast du ne Macke oder was? So ne Challenge nicht. Challenge für nen Videobeweis. Trainer darf zweimal pro Spiel sagen, halt, stopp. Das finde ich kacke. Lass mal gucken. Dann gib jetzt pro Spiel viermal Videobeweis. Der Trainer entscheidet mit. Und vor allem wenn Videobeweis, dann halt doch mal diese verkackte Uhr an, ey. 18 Minuten Nachspielzeit. Wo sind wir denn hier? Und warte ab. Irgendwann fangen sie mit dem Scheiß hier noch bei uns in der Kreisliga an. 100 Prozent. Ey, Schiri, was soll das denn? Wat? Jetzt haben unsere Fans die Spielszene gefilmt, oder wat? Ja, komm, gib her. Ja, klar, kein Problem hier. Ja, nee, das ist eindeutig. Schickt das mal bitte nach Köln. Ja, Leute, ihr seid lustig. Video aus der Kreisliga, läuft Bundesliga parallel. Ich bin alleine. Der Eugen ist krank. Ich würde euch ja gerne hören, Kölsch ist alle. Ich weiß ja nicht genau, wie ich das machen soll. Was soll ich jetzt da die ganze Zeit? Boah, Mann, ey. Hör endlich auf mit der Kacke, ey. Ich hab keinen Bock mehr.